Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu 10 Minuten Gaming mit Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir sind auf der Flucht von dem Greifen und wir versuchen unser Glück und hauen jetzt hier einfach mal ab. Und ich hätte gerne, also ich nehme das nächste Mal richtig schön hier Gwen. Und wie kann man nochmal sich heilen? Aber wir haben auch gar keine Heiltränke mehr, ne? Wir dumpfbacken. Wir können ja mal gucken, ob wir, äh, Alchemie. Hm. Hm. Potions, ja, okay. Wir haben leider, 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 ähm, keine... Ah, wir nehmen lieber Schwarz. Numero due. Oh, okay, das war's mit uns. Tut mir leid. You are dead. Ähm, load most recent safe. Okay, okay. Also wir sollten noch ein paar Quests erledigen, um den Greifen hier umdieten zu können, weil er ist auch schon ein bisschen arg krass. Ah, okay, das ist der letzte Speicherpunkt. So, wir überspringen das Ganze mal. So. How about that? Stop talking. Wir überspringen das Ganze mal. Wir wählen jetzt die Armbrust aus. Und was wir nicht vergessen dürfen, ähm... ...Quenn. Na, komm mal her, hier. Komm noch mal her, du. So, wir geben uns noch mal, boah, noch mal den Schild, der ist nämlich hier halt gerade mal echt praktisch. Und, boah... So, wir müssen einmal hier wieder weglaufen. Boah. Nehmen wir uns jetzt noch mal hier schön das Schild. Oh, man hat dieser Greif, ne? Los, Rowland. Äh, Rowland sag ich schon. Ähm... Ach, wie heißt unser Guter. Okay, diesmal stellen wir uns bedeutend besser hier gegen den Greifen an, wie äh, davor Mal los Hälfte haben wir schon, leider haben wir auch nur noch Hälfte Leben Wer will jetzt abhauen? Der kleine Drecksack Das ja, ist ja, ist ja richtig gemein So, wir folgen dem aber Witcher-Sense, when using the Witcher-Sense, do not only see more, but hear more as well Okay, also wir sehen zwar nicht unweilig mehr, aber wir hören auch mehr Also wir sehen da auch hinten die Schallquelle Okay Dann wollen wir mal dem Greifen hier noch einen Besuch abstatten Na, geh, geh ruhig schon mal vor Okay So, der Greif versucht hier immer noch irgendwie ein bisschen zu flüchten Wir weichen hier mal so ein bisschen auf Wir haben schon echt was gefressen, weil der Greif ist, ist hart krass Wir geben uns noch mal hier Können ja noch mal mit dem Oh, das war ein guter Oh, da haben wir noch mal echt was abgekriegt So Oh, scheiße Oh, scheiße Ja, da sind wir mal wieder gestorben Also dieser Greif, ähm, macht uns noch echt fertig Wir probieren es trotzdem noch mal Oh Boah, der gibt mir ja jedes Mal so richtig den Rest immer Ah, okay Wir sind sogar, ähm, der letzte, letzte Speicherstand ist dann hier Wir können jetzt noch mal die Witcher-Sinne benutzen, um den Greifen zu finden Ja, da ist er Dann schlucken wir noch mal ein paar Potions und, ähm Da reitet Vesemir Ich sag immer Roland Vesemir reitet da schon mal vorweg Was macht der da? Los Dann greif ihn bitte mal an Bitte Bitte, ich mag nicht So, da haben wir ihn wieder So, wir probieren es nochmal Bisschen mit der Bisschen mit der Ambrust Und, äh, wir sollten auch unser Silberschwert ziehen Wir weichen jetzt hier erstmal Primär, oh Primär ein bisschen aus Wir können es, wir haben ja Boah, das gibt uns Also dieser, dieser Charge ist echt übel Bleibst du wohl hier Wir können jetzt noch mal Wir nehmen jetzt noch mal Ipne Upsala Okay, da bugt der Greif anscheinend So, jetzt kriegt der Oh, ernsthaft? Oh, dieser Greif Gibt mir noch den Rest Ich meine, ich hab das Spiel Glaube ich auf, auf Mittel Oder so gestellt Also nicht besonders hoch Und, ähm Ja, ich weiß Wir erhöhen ihn jetzt nochmal Und, äh, wir sollten dann echt mal Wir sollten dann echt mal Potions nehmen Und im schlimmsten Fall Mach ich hier Erstmal einen Cut Und bis wir den Endenden greifen Weil wir haben auch So Na komm Haben wir den jetzt Ah, wir haben das Schwert Schon wieder nicht gezogen Formale, breite Ach, ein Hit Und wir sind tot Wir gehen jetzt mal Äh Beasts of White Orchard Was ist denn so das letzte Was wir Montag 25. Mai Ach, das ist heute Wir gehen jetzt mal Hier drauf Genau Dann können wir nämlich Dann können wir nämlich nochmal Ganz entspannt da dran gehen Können uns nochmal richtig vorbereiten Vielleicht noch die ein oder andere Quest machen Weil so Kommen wir jetzt erstmal nicht weiter Ich bin da auch so ein bisschen Zu unfähig irgendwie vor Und, ähm Ja, ich sage hier an der Stelle Ganz, ganz herzlichen Dank Fürs Einschalten Trotz dieser Fail-Folge Wenn es dir gefallen hat Dann zeig das doch mit einem Daumen nach oben Und, ähm Ja, wenn du neu bist Und mich noch nicht abonniert hast Dann freue ich mich natürlich über ein Abo Bis dahin Mach's schön gut Tschüss